Musik Im Juli 1937 ereignete sich eines der traurigsten Kapitel der deutschen Kunst- und Kulturgeschichte. Die Eröffnung der Ausstellung »Entartete Kunst« durch die Nationalsozialisten in München, auf der zahllose Meisterwerke der Avantgarde als Produkte der Verfallskunst angeprangert und verhöhnt wurden. Viele Bilder und Skulpturen waren schon vorher aus Museen und öffentlichen Sammlungen entfernt und vernichtet worden. Viele Künstler hatten Ausstellungs- oder gar Malverbot erhalten. Fritz Winter war eines der Opfer dieser radikalen Kunstpolitik. 1933, unmittelbar nach Hitlers Machtergreifung, gab er seine Lehrtätigkeit an der Pädagogischen Akademie in Halle an der Saale auf und siedelte von Mitteldeutschland nach Bayern über. Ab 1935 lebte er zurückgezogen in Dießen am Ammersee. Als Beruf gab er damals Kunstgewerbler an. Bis 1937 konnte er unbehelligt malen, dann bekam auch er ein offizielles Verbot. Seine großformatige Komposition in Blau, das Bild misst 134 mal 144 Zentimeter, entstand nach Kriegsende im Jahr 1953. Diese Malerei spiegelt nichts wider von der allgemeinen Tragik der vorausgegangenen Ereignisse und dem individuellen Schicksal des Künstlers, der erst 1949 aus russischer Gefangenschaft nach Hause zurückgekehrt war. Fritz Winter, hier ein frühes Selbstporträt von 1927, entstammte einer kinderreichen Bergmannsfamilie und wurde 1905 im Ruhrgebiet geboren. Er erlernte den Beruf des Elektrikers, wurde arbeitslos und verdingte sich vorübergehend als Bergarbeiter unter Tage. Nebenbei beschäftigte er sich mit bildender Kunst, besonders mit dem Werk von Paula Modersohn-Becker und Vincent van Gogh, malte und zeichnete und konnte schließlich 1927 mit einem Kunststudium am Bauhaus in Dessau beginnen. Drei Jahre lang war er Schüler von Klee, Kandinsky und Schlemmer. In der Arbeit »Das Boot« von 1930 ist der Einfluss seines Lehrers Paul Klee deutlich erkennbar. Der Bildgegenstand ist bereits stark abstrahiert, aber noch bestimmbar. Ein fantastisches kleines Segelschiff gleitet wie aus einer Zauberwelt kommend am Betrachter vorüber. Es erscheint ähnlich geheimnisvoll wie beispielsweise Paul Klee's »Pevlacta Pavillon« in einem verträumten Garten aus dem Jahr 1927. In beiden Arbeiten sind nicht nur die formalistischen Bildmittel wie der dunkle Hintergrund und die zarte, helle Linienzeichnung des Motivs vergleichbar, sondern auch der fröhliche, leicht verspielte Charakter der jeweiligen Szenerie. Doch figürliche Bilder wie »Das Boot« bleiben die Ausnahme im Gesamtwerk Fritz Winters. »Wir wollen uns hüten, alles Nicht-Sicht- und Hörbare als Nicht-Vorhanden anzusehen«, hat Winter schon in den 30er Jahren geschrieben. Dieser Gedanke wurde bestimmend für sein gesamtes malerisches Werk. »Leuchtendes Zeichen« von 1935 beispielsweise ist ein solches Motiv, das nicht sichtbar ist, wohl aber im Verborgenen existent sein könnte. Im Frühjahr 1944 war Fritz Winters schwer verwundet zu einem kurzfristigen Genesungsurlaub in sein Haus am Ammersee zurückgekehrt. In dieser Zeit entstand die Serie »Triebkräfte der Erde«. 40 kleinformatige Bilder in Öl auf Schreibmaschinenpapier. Naturerlebnisse an der Front und in der heimatlichen Landschaft waren die Auslöser für diese Malerei. Die geheimnisvollen Formen und Strukturen stehen als Metapher für persönliches Empfinden und inneres Erleben des Künstlers. Sie sind nicht Abbild der geschauten Natur, sondern Erkenntnisse eines schöpferischen Geistes, den es immer dazu drängte, Unsichtbares in freier Gestaltung sichtbar zu machen. Nicht anders ist das Bild »Komposition in Blau« zu interpretieren, das fast zehn Jahre später entstand und sich stilistisch stark von den Triebkräften der Erde unterscheidet. Der Bildgrund ist in verschiedenfarbige Flächen aufgeteilt. Blau in unterschiedlichsten Nuancierungen herrscht vor. Vom leuchtend klaren Ton bis zum matten Grau. Neben Rot sind Weiß und Gelb als reine Kontraste oder gedämpfte Mischtöne eingefügt. Über diese unregelmäßig geometrischen Formen sind schwarze Zeichen gesetzt. Vertikal, horizontal oder diagonal. Recht oder spitzwinklig, leicht gebogen oder fast kreisförmig geschwungen. Diese schwarzen Hieroglyphen stehen in spannungsreicher Wechselbeziehung zu dem farbigen Bildgrund, der an einzelnen Stellen in die Tiefe der Leinwand zurückzuweichen scheint. So entsteht Räumlichkeit in der Zweidimensionalität und dynamische Bewegung im statischen Bildgefüge. Fritz Winters Kunst entwickelte sich in engem Kontext mit der europäischen Malerei seiner Zeit. Nach dem Zweiten Weltkrieg schloss er sich verschiedenen Künstlergruppierungen an, wie der Gruppe 1049, zu deren Gründungsmitgliedern er gehörte, dem Deutschen Künstlerbund und der Gruppe Junger Westen. Er stand in regem Gedankenaustausch mit vielen seiner Künstlerkollegen, unter ihnen Ernst Wilhelm Ney, Willi Baumeister und Hans Hartung. Jeder dieser abstrakten Künstler hatte seinen individuellen Stil, dennoch gibt es auch vereinzelt Werke, in denen Gemeinsamkeiten zu erkennen sind. Vom 1951 stammt Fritz Winters Bild »Kommendes Rot«, das deutlich Beziehungen zu diesem Gemälde von Hans Hartung aufweist, das zwei Jahre zuvor entstanden war. Winter hatte Hartung bereits 1950 erstmals in seinem Pariser Exil besucht und dessen Kunst war nicht ohne Einfluss auf sein zukünftiges Werk geblieben. Dieses kleine Ölbild ohne Titel hat Winter 1959 gemalt. In seiner lichten, zarten Farbigkeit ist es diesem Aquarell Ernst Wilhelm Neys von 1961 vergleichbar. Die beiden Künstler kannten sich seit Langem. Schon kurz nach Rückkehr aus der Gefangenschaft hatte Winter den Freund in Köln getroffen. Fritz Winters umfangreiches malerisches Werk machte viele Wandlungen durch, denn sein Erfindungsgeist war nahezu unerschöpflich. Zur Gegenständlichkeit seiner Anfänge ist er jedoch nie zurückgekehrt. In »Komposition in Blau« hat er versucht, malerische und grafische Elemente zu kombinieren und zu einer harmonisch ausgewogenen Einheit zu verschmelzen, indem er über einen farbig-dürftigen Grund magisch-schwarze Zeichen gelegt hat. Das Winter, dieses Bild als »Komposition« bezeichnet, macht außerdem deutlich, wie bewusst er Farbtöne und Formzeichen wählte. Er komponierte hier mit den Mitteln der Malerei wie ein Musiker mit den Noten. Diese Methode hatten schon viele abstrakte Maler vor ihm angewandt, unter ihnen als einer der ersten sein einstiger Lehrer am Bauhaus, Vassili Kandinsky. Fritz Winter hat im Laufe seines Lebens viele Ämter bekleidet und viele Ehrungen erfahren. Seine Bilder wurden bereits ab 1946, als er noch in russischer Gefangenschaft war, auf nationalen und internationalen Ausstellungen gezeigt. Als einem der bedeutenden Repräsentanten der abstrakten Kunst in Deutschland wurde ihm 1950 auf der Biennale in Venedig der Preis der Jury zuerkannt. 1959 vertrat er die Abstrakten bei der Documenta II in Kassel. Er wurde im Laufe seines Lebens mit Auszeichnungen überhäuft. Kurz vor seinem Tode, im Oktober 1976, verlieh ihm die Stadt Siegen den Rubenspreis. Im Protokoll der Jury heißt es, mit Fritz Winter wird ein Maler geehrt, der die Sprache der gegenstandslosen Kunst in Deutschland seit den 20er Jahren wesentlich erweitert hat. Winters Kunst gründet auf der Einsicht in die Natur und ihre Strukturen. deren Kräfte er in seinem Werk in neuen Metaphern bildlich erschlossen hat. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020